ja und damit dass sie willkommen zu der nächsten folge wir haben die wir haben der letzten folge abgekackt und es sind jetzt alles noch mal versuchen das ist mir egal das so gut hier ist sicher Okay, da ist auch wieder so ein Kante Hä? Was bringt mir das? Was? War doch gerade glättern Ah! Hier, glättern What? Okay, aber das so Okay, wo sind wir denn hier? Was ist das für Lassen? Ich sehe jemand Gibt's hier irgendwas? Was noch für ein Fenster? Nein, 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 natürlich nicht Das habe ich mir nur dabei gedacht Man denkt, Sie müssen sich für Ihren Job machen Was ist denn los mit mir? Sie sind kein guter Shooter-Koin Soll ich bloß daraus Was ist nach unten? Da ist schon gerade irgendwas mit nach unten Oh, da gewandt sein Wack Nach unten klettern Scheiße Scheiße Nein Helfen Sie mir! Helfen Sie mir! Okay, wo muss ich denn jetzt hin? Ich möchte hier gern Oh, ach Gott, hier geht's nicht Oh mein Gott Verdammt, wie komme ich da hin? Wie, hier komme ich auch nicht weiter oder was? Oh man Ich glaube, wir müssen da wieder rein Äh, eh Ja, das ist schon mal richtig Mama Ich weiß, dass Sie hier sind Ich kann Sie nämlich riechen Oder glauben Sie, Sie sind der Einzige, der hier noch den Jagen geht? Ja Ja Das ist niemend Wo komme ich denn hier? Hier betreten Oh, ich glaube, das ist die falsche Richtung Hm, was? Hier Oh War ich zu nurbig Hier gibt's ne Kante Ja gut, aber Hm Lautsprecher sabotieren, hab ich doch schon Ah ne, ich bin ja gestorben Das sind ganz viele Sorry Was ist Ihr Problem? Ich habe Sie gebeten zu gehen Sorry Hey du Spinner, ich reiß dir gleich den Arsch auf Danke Mann und Witz, aber hey, ich rufe gleich den Kopf Seht da drüben nach Verdammt Wie gesagt, jetzt alle sauber Ja, ich gehe wieder in dein Alter Hey, zieh an, Mann Ja, okay Oh mein Gott Was zum Teufel Warten Sie hier Hatten Sie da drüben was gefunden? Komm, komm Wuuuuh Das gefällt dir Wuuuuh So was stehst du? Du Freak Was? Ganz ruhig, Mann Wenn du schießt, drück ich auch ab Kommt schon, Leute Kommt näher Kommt, kommt, kommt Oh Mann Aber wie soll man da bitte vorbeikommen? Ich habe Boah, ich habe die verkackte Wache da alarmiert Oh Mann, ist das behindert Gibt es ja nicht Echt? Echt? Drin gehe ich wieder Ja, was denn? Blöde Kostüme Figur Und So habe ich wieder diese Scheiß Wachen alarmiert Was zum Hänge, Mann Ich gebe dir eine zweite Chance Lass die Geisel laufen, verdammt Kommen Sie schon an Ich habe es nicht für dich so zu sterben Ich baue gerade ein Haus mit Veranda und so Und ich will eine Katze Bist du verrückt? Willst du, dass ich euch weiter knalle? Eins Zwei Letzte Chance Mann Es darf mich weder einer entdecken noch sonst irgendwas Gibt es ja nicht Vor allem Okay, wir machen das jetzt mal Okay, okay Jetzt machen wir mal alles wie ein Profi Tut mir leid, Sir Wir haben schon den ganzen Tag Probleme mit den Aufzügen Okay Hey Was? Das stimmt fast nicht Niemand Hey, kann ich Ihnen helfen? Suchen Sie etwas oder jemanden? Ja, dich Was? Was ist denn jetzt schon wieder? Ja Wo denn? Was? Wo denn? Was? 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 Ich glaube, ich brauche eine andere Verkleidung Ja Ich brauche eine andere Verkleidung Da hinten war so eine Putzfrau Wo war denn die nochmal? Oh scheiße, weiß ich nicht mehr Ach, die war da Ach, genau, die war hier Oh, durchs Fensterklettern Schrecken Sie das Hauptding jemand ab? Ja Bin ich jetzt wieder Ach, okay, jetzt bin ich hier Warum denn? Okay, 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 okay Hey Wir wissen, wen wir suchen Also los Boah, ist das behindert Komm, ich will den jetzt abknallen Ich will jetzt mein Messer Wieso kann ich jetzt nicht wechseln? Hallo? Ich möchte gerne wechseln Oh Gott, ist hier jemand Ja Die ist noch da So, jetzt Ziviler Todesfall, will ich mich verarschen Warum kann Jetzt kann ich mich nicht damit Boah Jetzt kann ich mich nicht dafür gleiten, ey Hey, ich meine ja nur, Mann Ich habe den Kerl in Aktion erlebt Sein letzter Gegner sitzt Getreten Nein, nein Nichts, lieber Scheiß, und da kommt alles an Kann ich das nochmal aktivieren? Nein Hier kommen wir auch nicht durch Also müssen wir hier durch Wann, stehen hier irgendwelche? Nein Messer und Mutterschlüssel, nein, will ich auch nicht Was? Klavierseite und Maßband austauschen Was zum Teufel, brauche ich ein Maßband? Oh Aber wenn das da ist, dann Nein Mein Gott Ich brauche jetzt unbedingt Ich brauche jetzt unbedingt Dieser Typ Irgendwas stimmt mit ihm? Doch, mit mir ist alles in Ordnung Die sind neben dem Ich brauche jetzt alles in Ordnung Sie werden Dass ich mich nicht aber Da sind Da sind Das ist schon wieder Ich weiß genau was ich werde drauf gehen er kommt da kommen wir auf doch Mord Bullshit mit der Einversuch noch und dann Versuch's in der nächsten Folge. Alter, der sieht mich. Der sieht mich auch. Ich will, dass diese Operation sauber abläuft. Kein Schnaps, keine Kämpfe und Finger weg. Messer und Barz hier austauschen. Okay, okay. Lass deinen Schwanz einfach in der Hose, ja? So. Was? Nein! Du sollst hier aus der Deckung wieder raus. Ich habe dieses rumgeeierte Klappe. Niemand zwingt dich dazu. Ich habe so viel in uns investiert. Und hier ist immer nur alles... Leer nach unten zählen. Ich habe hier alle Zeit geschickt. Wartest du vielleicht noch nicht noch was Fässeres von dem Lied? Das ist unfair. Ich weiß es nicht, okay? Du hast seit drei Monaten nichts zur Miete oder für die Lebensmittel beigesteuert. Ich versuche mit Gott nicht zu kommen. Nirgends. Klavierseite... Ich versuche mit Gott ins Reine zu kommen, okay? Ich versuche mit Gott ins Reine zu kommen. Wow, ich bin ganz toll. Klavierseite... Ich möchte eigentlich meine Klavierseite behalten. Oh mein Gott. So was hat man gar nicht gesehen. Könnte ich nicht. Gibt es Fenster? Jetzt bin ich schon wieder auffällig. Wo sind die Leute? Da, da. Ja, danke, du auch. Nö, du hast mich nicht. Was bringt mir denn... Was? Nein, der hat mich nicht gesehen. Alter, wie kann der mich gesehen haben. Wie? Oh mein Gott. Ja, und jetzt? Äh. Äh, warum schießen die jetzt? Alter. Alter. Jetzt muss ich rein. Äh, äh, äh. Was? Was? Die. Durchs Fenster. Alter. Nochmal. Jawoll Ja, mach ich Alter Warum kann ich da nie in die andere Waffe wechseln? Okay, das sind alle What? Was habe ich jetzt gemacht? Jawoll 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 Nein, jetzt ist der weg Sieht man auch Sieht man nicht so gut, wo jetzt ein Kopf ist Da zum Beispiel Wow Haben die mich getroffen Jawoll Jetzt so machen wir das jetzt Wie viele Leute sind denn da noch? Ja, kommt auf Kommt alle her Geh auf Wo ist denn der? Da Da Boah, Leute Das ist ja mal wieder eine Schießerei Hier, ups Wo ist denn da noch einer? Warum da oben? Ja Da ist doch noch irgendwo einer Irgendwo Da zum Beispiel Oder da Man, wir machen so viele Minuspunkte Aber wie sollen wir es schon anders lösen? Da sind noch zwei Da sind noch zwei B Dann gehen wir da rüber Dann gehen wir da rüber Sind die Mongos Dann geht's Jetzt darf ich da wieder rüber So Jetzt machen wir die letzten auch kurz fertig Wo ist der? Da Und da Komm raus, du Mungo Ja Jawoll Jetzt fehlen uns nicht mehr viele Okay, da kommt jetzt einer Jawoll Komm, die Machen wir eine etwas längere Folge Denn Wir müssen hier ein paar Leute umnatzen Sehr gut Munition immer her damit Und Messer, jawoll Okay, hier unten haben wir So Kommt da noch mehr Nein, da kommt niemand mehr Da hinten sind noch überall Punkte Die werde ich jetzt mal kurz abgehen Wo ich eigentlich überall durchs Fenster Ach nee, da war ich ja eigentlich schon Was ist das? Ach, die Schlüssel Wo kriege ich die Schlüsselkarte nochmal her? Achtung Boah, Alter, im Lauf Habt ihr das gesehen? Okay, ich glaube, wir gehen einfach mal kurz hier rein Und gucken mal, was hier Verkleidung Okay, verkleiden wir uns mal kurz Hier Junge, verkleide dich Also das Ganze Wäre, glaub auch Oh mein Gott Wäre, glaub auch Ohne Ähm Töten gegangen Ich hab die Schlüsselkarte nicht Ein dringend Nee Ich dringend sein Ja, hier war das Was man feindliches Gebiet Nächster Juhu, Kontrollpunkt Dann hör du auf Irgendwas zu sagen Benötigt eine Film Benötigt eine Film Boah Boah Will ich jetzt auch noch Tot sein Verstärkung Verstärkung ist da Oh, toll Komm auf Wurrlich die Verstärkung Erste Hilfe Erste Hilfe Nachladen Oh, Leute Oh, was liegt denn da Oh, was liegt denn da Achso Nein, 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 nein Nein, nein, nein Wie kommt ihr eigentlich hierher Könnt ihr mir das mal sagen Ihr habt doch alle Keine Ahnung Kann ich jetzt das an Das anklären Jawoll Boom 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 Von mir Jawoll Achso Ja, nachladen Aber sicher Perfekt Ach, komm Verkleiden wir uns mal Sicher Das ist ja perfekt Wieso kann ich die ganzen Sachen nicht aufnehmen Oder hinten ist irgendwas Ja, gut Jetzt sehen wir mal hier die ganzen Varianten Die uns noch geblieben Wären Kann ich das aufnehmen? Gar nicht Nö Aber ich weiß jetzt nicht so richtig Wenn du einmal ja entdeckt bist Verkleiden Ja, oder so Und verkleiden Ah, das bin ich mir will Sind wir wieder so, ne? Ah, okay Äh, jetzt sind wir wieder hier Nein, da will ich nicht hin So Öffnen Ich kann hier überall raus Was bringt das? Ah, okay, 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 okay Wo muss ich denn überhaupt hin? Da hin Sehr gut Ah, haben wir wenigstens 2000 Punkte So Würde ich mal sagen Wenn wir hier diese Aufnahme nach ein wenig Geballe und allem möglichen Sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder Bis dahin Tschüss